Ja, Baumann muss wieder raus, sieht wieder nicht gut aus, das gibt's nicht! Das gibt es doch nicht! Also das ist unfassbar. Es wiederholt sich die Geschichte aus der ersten Hälfte, Oliver Baumann. Ja, sogar dieses Mal der Nutz dieser Abend noch für 2-0. 2. Hälfte noch gar nicht richtig angefangen, also das ist Wahnsinn. Langer Ball von Van der Vaart, ich dachte gleich, ich sehe nochmal eine Wiederholung aus der ersten Hälfte. Baumann wieder vorm 16er, kann ihn wieder weghauen, geht zurück und ist eigentlich auch da und dann springt ihm der Ball aufs Knie.